Moin hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal mit mir der Brandpfander zu einer neuen Reaction und zwar gucken wir uns heute die Eminence an wie kann es natürlich auch anders sein mit dem neuen Song Surrender heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist nämlich das Album rausgekommen was ich mir vorbestellt hatte das heißt dementsprechend ich glaube so so ist gut so sieht das aus so kann ich ganz das habe ich mir vorgestellt weil mir Heaven and Hiding so gut gefallen hat beziehungsweise generell die ganzen Songs Heaven and Hiding Ghost war glaube ich auch ein echt geiler Song und jetzt ist das Album draußen ich habe es mir noch nicht angehört und es gibt wie es gibt ein neues Video dazu ein offizielles Eminence mit dem Song Surrender let's go nein aha geil Das war's. Das war's. Das ist eine Emotion. Diese Emotion in der Stimme, ey. Boah. Hammer. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020